Und Gott sprach, es sei Licht der anderen Feste des Himmels, um den Tag von der Nacht zu schneiden und die Licht auf die Erde zu geben. Und es seien diese für Zeichen und für Zeiten und für Tage und für Jahre. Er machte die Sterne gleichfalls. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020